Für mich ist die besondere Kraft von World Vision, dass die Mitarbeiter so großartig sind und dass World Vision die Strukturen vor Ort nutzt. Ich habe selbst erlebt auf meiner Projektreise in Tansania, es sind Menschen, die vor Ort schon in Strukturen sind, es sind Lehrer, es sind Geistliche, es sind Stammesführer, die eben mit ins Boot geholt werden, mit denen man zusammenarbeitet. Und das finde ich ganz großartig, weil dann ist es eben keine Entwicklungshilfe, die so einer Region einfach so aufgestülpt wird, fremd, sondern die aus der Region selber erwachsen kann. Und ich glaube, dass das ganz besonders nachhaltig ist. Also alles Gute weiterhin, World Vision für die Arbeit, überall auf der Welt.